Die Rennstrecke Lasse und Maja schauen sich auf der Karte die Rennstrecke an, die Lasse fahren muss. Das Rennen startet hier, sagt Lasse und tippt mit dem Finger auf die Karte. Auf dem Marktplatz vorm Stadthotel, sagt Maja. Und vor Hunderten von Zuschauern murmelt Lasse leise. Maja hört ein leichtes Zittern in seiner Stimme. Bist du nervös? fragt sie. Ein bisschen. Was, wenn ich falsch abbiege oder stürze? Quatsch, sagt Maja. Wird schon alles gut gehen. Lasse nimmt einen Schluck aus der Wasserflasche. Wenn der Polizeiinspektor in seine Trillerpfeife bläst, geht das Rennen los. beendet Lasse Majas Satz. In vollem Tempo raus aus Walleby. Raus aufs Land, sagt Maja und fährt mit dem Finger über die Karte. Die erste Etappe auf der Strecke ist Klaas Gardens Bauernhof. Auf der Karte sind eine Scheune und ein paar Häuser neben dem Weg eingezeichnet. Klaas Gardens Tochter fährt auch bei dem Rennen mit, sagt Lasse. Woher weißt du das? Ich habe heute einen Brief mit den Namen aller Teilnehmer bekommen. Wie heißt Klaas Gardens Tochter? fragt Maja. Emelie, antwortet Lasse. Sie wohnen noch nicht sehr lange auf dem Bauernhof. Mehr weiß ich auch nicht über sie. Wie ist deine Taktik? fragt Maja. Hä? Was meinst du damit? Na, Taktik, wiederholt Maja. Wie gehst du vor, um zu gewinnen? Ich übernehme so schnell wie möglich die Führung und bleibe bis zum Ziel an der Spitze. Das hört sich einfach an, Maja lacht. Aber denk dran, dass du drei Runden durchhalten musst. Ich weiß, drei Runden von jeweils acht Kilometern Länge, fährt Maja fort. Du musst dir deine Kräfte einteilen. Du musst dir deine Kräfte einteilen.